hallo und herzlich willkommen bei lego marvel superheroes meine letzte folge hat irgendwie nicht die aufnahme gespeichert ist auch jetzt nicht wirklich schlimm wir haben ich glaube zwei oder drei sachen gemacht und dann haben wir hier noch vier fotos geschossen ich glaube mehr haben wir auch nicht gemacht bei der letzten folge jetzt sind wir dabei insgesamt die zehn fotos zu schießen mit peter paka irgendwie eine andere extra mission kriegst du pro foto immer einen goldenen lego stein das ist eigentlich auch ganz nice wo müssen wir hin auch noch weiter oskorb das haben wir noch gar nicht erkundet hier das ist aber schlecht so hier müssen wir jetzt eine spezielle stelle uns hinstellen mit dem peter parker das muss aber peter parker sein der hat ja ein foto parat da ist die plattform da machen foto da haben wir jetzt ein abdruck von dem so jetzt müssen wir ein ganzes stück wieder zurück das machen wir ein bisschen kürzer hier so ich pieter parke aber wie gesagt pro foto gibt es einen legostein nichts vor dem haus in die luft jagen aber der schaden scheint schon beseitigt zu sein du warst zu langsam und sie zu dass du ein paar von den mutanten mit drauf kriegst und der grafik abteilung kann hinterher noch feuer dazu füllen einmal zunächst mal bitte ich 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 gewesen ich habe schon gewundert die musik hat mir schon gemacht ich 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 Ach, was. Bist du das denn, Lee? Ach, erst mal ein Spider-Man. Was denn? Genau, ich werde dich ruhig. Kannst du in Ordnung? Was hast du hier? Gambit ist vorhin mit Storm aneinandergeraten. Es ging ziemlich stürmisch zu und da hat es meine ganzen Karten verweht. Eine fehlt noch, vielleicht steckt sie auf einem Baum. Könntest du helfen, sie zu finden? Ja. Steckt in einem Baum. Hm. Pass auf, Freundchen. Hallo, ihr Helden. Moin. Ich such gerade eine Karte. Da ist was. Da ist es doch. Schnell nochmal nebenbei Charakter freigeschaltet. Nächstes Mal, wenn ich mir Storms Bürste ohne zu fragen ausleihe, werde ich daran denken, auf meine Karten aufzupassen. Gambit. Und weiter. Ähm. Ach, was hat das jetzt abgebrochen? Ähm. Tatsächlich. Das ist ja blöd. Ähm. Ähm. Hey Tony, da ist dieser verrückte Spider-Man! So, jetzt nochmal. Na, einmal heben bitte. So. Was ist denn hier los? Okay, das gucken wir uns gleich auch nochmal anstellen. Erst dann gehen wir da hoch. Oh echt jetzt? Geht doch. So, Peter. Tadaa! Das X-Wing-Gebäude. So, jetzt wollte ich uns das noch angucken. Okay. 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 So. Okay. Ich schmeiß es doch weg. Hier ist nichts. Hmm. Das ist Baxter Building. Warte mal, warte mal, warte mal. Nur schnell mal noch eine Trophäe nebenbei machen. Und zwar brauchen wir jetzt das... Wo bist du? Zack, danke. Und zwar soll man mit Magneto und dem Magneto-Mobil... Einmal zum Gebäude hier hingefahren. Ähm... Ach, bist du, wo war das jetzt? Hä? Wo ist das Dixter Gebäude hin? So mal. Dixter Building. Was ist das hier, oder? Mobiler Magneto... Ähm, was soll schon... Was ist das? Okay. Kommt der... Kommt der... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Nein Hallo Ah cool In echt? Du Bitte Dein Ernst Ja, das zeigt jetzt nochmal an Okay Dann machen wir zwischendrin keine Mission mehr Hey, hier gehe ich Superhelden In New York So Noch einmal X-Mail fotografieren Hier Bitteschön Jetzt machen wir auch direkt schnell Reise Bevor wir wieder irgendwo Zwischendrin wieder eine Mission haben Hmm 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 Ist das das Foto, das ich wollte? Oder auch Zeit? So, next please. Noch mal jung sein oder sowas in der Art. Heute ist nicht viel los. Einer von uns macht eine Story über Jugendkultur. Besorgt ein Foto von ein paar hippen, trendigen Kids. Irgendwo wird es schon ein Skatepark oder so geben, wo die rumhängen. Ach, das ist gleich der Fron. Ist gar nicht da vorne. Da hinten ist es erst. Hallo? Oh, muss ich auf dem Boden sein. Oh, sieh nur, was diese Kids von heute tragen. Jo. Ja. 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 Hä? Oh! Direkt hier haben die Schäden. Diese halten aber bestimmt irgendein Komplex. Ha! So, geht's hier zurück. Du meine Güte! Wer würde beim Kampf Spiderman gegen Peter Parker gewinnen? Du meine Güte! Meine Güte! Hey, das Foto ist ja fast gar nicht hässlich! Nicht schlecht! Okay! Ich glaube die anderen drei Bilder mache ich offline. ist ja nichts spannendes außer halt Fotos machen dann machen wir lieber noch die anderen Sachen guck mal hier schwarze Pampe das ist doch was mit Venom oh bin ich schon richtig ich brauche noch ja 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 gibt es hier keiner so was haben wir noch hier haben wir noch was ja und unten haben wir noch einen charakter zum freischalten das ist gut oh wieder was mit kampf wir müssen uns mal ausrüsten schon mal hier dann nehmen wir einmal den das sieht nach dem großen sentinel kampf wieder aus irgendjemand hier ein mutant ihr würdet euch sehr gerne zerstören wo ist tor jetzt fliegt er wieder was soll das denn jetzt nein was machst du nein ich bin ein gott dann hätten wir das auch jetzt schauen wir mal was wir hier tun müssen den charakter zu kriegen das ist schon mal easy ok nein hey das ist nur zu blöd spider wo man so was haben wir hier noch das sind die das sind die was haben wir hier das nehmen wir dann noch mal mit bevor wir dann aufhören für heute was ist denn da noch alles was ist denn da noch alles was ist denn da noch alles hab ich da irgendwas verpasst hab ich das schon gemacht ich bin eins wir werden nicht ich bin Ja, das ist gut. die ich liebe die Erinnerung an England wenn ich nur mein durch und durch britisches Auto wiederfinden würde dass ich irgendwo am nördlichen Ende der Stadt gelassen habe wenn du es zufällig siehst bin ich dir ewig dankbar ja zufällig da ist es doch so alle weg ich habe keine Zeit Warte, all speedy Warte Warte Ja, ich hätte ja abgehen müssen. Alter, boah, was treten wir da so ab, ey. Du hast es gefunden. Hab meinen aufrichtigen Dank. Bitteschön und danke auch. So, wie gesagt, die drei Fotos, die mache ich schon offline. Dann machen wir einfach mit den Charakteren weiter zum freischalten. Und Fahrzeuge. Wenn wir die zwei Sachen komplett geschafft haben, dann machen wir hier die Brunus-Mission und diese Nebenquests. Und das noch, natürlich. Gut, bis dahin. Ciao, ciao.